Ok Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Resident Evil 7 Wohlgemerkt, wir spielen das immer noch in VR Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, wie der Ton so ist Die Stimme hört man gut, ich habe jetzt mal ein bisschen den Ton von den Umgebungsgeräuschen etwas lauter gemacht Viel zu viel Kabel, kann ich euch sagen Viel zu viel Kabel, Mist Aber braucht man ja heutzutage leider Ich verkabel mich und ihr macht es euch bequem, alles klar? Ja, ok Oh Gott Jetzt Read Jetzt Pause Entschuldigt 1 1 2 3 3 4 3 4 5 Was ist, du? Was ist? Was ist, du? Nein! Mann! 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 Das war's. 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 Das war's.